Leute, ich werde jetzt verschiedene Menschen anrufen von meiner Kontaktliste. Ich werde anrufen und dann gleich wieder auflegen. Schaut mal, wie das aussieht, wenn ich wo anrufe und dann gleich wieder auflege. Moment. Das ist so eine Schlampe, die ich letztens konfekt habe. Moment, ich suche die Nummer. So. Lautsprecher. Hallo? 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 Lass dich, lass dich. Und jetzt noch jemand. Aber die habe ich vorhin schon angerufen, aber die geht irgendwie nicht ran. Na schon, da geht's jetzt ran. Ich wusste doch, die geht nicht ran. Aber ich habe eine Nummer unterdrückt. Hehehe. So, wenn ich hier noch eine Nummer. Die ist nicht hier. Moment. Moment. Das ist ja geschehe. Du kannst ja schon mal losieren. Ja, ich gucke jetzt hier rein. Kann man ja nichts machen. Tschüssi.